Hallo liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen in meinem neuen Video. Es ist Sommer und es gibt heute mal eine richtig schöne Sommerarbeit. Deswegen habe ich auch das Gras dabei und ganz tolle Sachen mitgebracht. Da zeige ich euch jetzt eine wunderschöne Sommerarbeit in dem neuen Video. Ja, ich habe hier ganz tolle Materialien, sommerliche Blüten, Gräser und ich hatte so einen Gedanken, dass man diese Blüten auch so richtig schön um dieses Glas arrangieren könnte. Und ich fange jetzt einfach mal an. Was soll ich lang reden? Weil ich habe heute dieses wunderschöne, knackige, saftige Gras geschnitten und dachte mir, Gras ist ja immer toll. Selbst wenn aus Gras Heu wird, dann ist es immer noch sehr schön. Ich habe mir einen 2 mm Aludraht genommen, habe den abgeschnitten, Draht immer mit der Drahtschere schneiden und Aludraht lässt sich natürlich so wunderbar biegen. ist also eine ganz tolle Sache. Dann habe ich einen Myrtendraht oder Basteldraht. Und ich finde das natürlich auch schön, weil ihr seht im Hintergrund, passend zu mir, ihr seht im Hintergrund, dass ich das Thema Rosé natürlich auch aufgreifen möchte. Und deswegen habe ich auch den roséfarbenen Myrtendraht gewählt. Und von dem Gras kann man ruhig dann mal so eine schöne, satte Handvoll greifen. Und wenn man anfängt, mit dem Draht zu arbeiten, dann ein paar Mal umwickeln. Einfach das Ende nehmen und den Anfang miteinander verdrehen. Und schon ist hier die erste Fixierung von dem Gras, ja, ist dann geschaffen. Und ich nehme einfach Gras, ich lege das auch durch relativ dick an, ja, weil aus Gras wird ja später, wie gesagt, Heu. Und das schnurkelt so ein bisschen zusammen. Deswegen also schön feste wickeln. Jetzt dürfen ruhig auch ein paar Schnipsel noch rausgucken. Ja, es ist ja lässig, es ist Sommer. Und dieses frische Grün, das lässt also jede, ja, jeden Tisch, jede Tafel so erstrahlen. Ich finde es, ich finde es total wunderschön. Wunderschön. Man sieht, es geht auch ganz fix. Und es soll auch gar nicht so akkurat sein, ja, sondern es soll so eine sommerliche Lässigkeit ausstrahlen. Und so, dann habe ich eigentlich schon mal hier, man kann das ja, jeder kann ja selber wählen, wie ordentlich oder unordentlich das sein soll. Die langen Stücke, die kann man einfach mal abschneiden. So, und ja, und dann würde ich jetzt mal, mache ich mal eine kleine Anprobe. Ich habe mir jetzt also hier ein Glas genommen, das so einen schönen Hals hat. Das ist natürlich perfekt für meine Idee und für meine Arbeit. Da gibt es eine kleine Anprobe. So, meine Idee ist, dieses Gras um diesen Vasenhals einfach rumzumachen. Und ja, man sieht, ich habe das fast ein bisschen knapp genommen, aber es wird gerade so reichen, um den Aludraht hier drumherum zu machen. Ich verschließe jetzt erstmal meine, ja, mein Basteldraht, mache eine Schlaufe mit dem Finger und gehe wieder in die andere Richtung zurück und kann dann den Draht, die Schlaufe und den Draht miteinander verdrehen. Gibt es in ganz vielen Videos von mir, ich erzähle es immer wieder, weil ich werde natürlich auch in Workshops, hat jeder dann, ich habe es vorgemacht, dann haben sie danach gesagt, ey Margit, wie geht das nochmal? Ja, Workshops ist irgendwie lange her, aber die Erinnerung ist natürlich noch da. Ich wollte heute ein sommerliches Windlicht mit Blumen machen. Und damit das auch blumig wird und ein Windlicht, brauche ich ja, brauche ich auch Wasser für meine Blumen. Ich habe Reagenzgläser genommen und diese Reagenzgläser, die mache ich mit einem Papier ummantelten Draht. Also das Schöne ist, die Reagenzgläser haben oben diese Wölbung, ja, und die mache ich mit einem Papier ummantelten Draht, möchte ich die gerne, so, dann mache ich jetzt so eine schöne feste Schnürung. Also ich habe es nicht, ich habe es nicht probiert vorab, falls ihr das denkt, sondern ich habe dann immer so eine Idee und ich, ich mache einfach. Und ich bin selber manchmal gespannt, wie das Ergebnis ist, aber ich nehme die Röhrchen und mache das, ja, lege das um die, lege den Papier ummantelten Draht um meinen Grasring und ich würde sagen, wenn ich das jetzt so, ja, wenn ich das jetzt hier so dran mache, das hängt, genau, Klong, ja, es hängt auf jeden Fall. Und weil mir natürlich ein Röhrchen zu wenig ist, machen wir ja auch drei Röhrchen, weil die können wir so ein bisschen lustig, verschieden bunt bestücken und der Papier ummantelte Draht ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr schönes gestalterisches Element, weil der bringt auch nochmal die rosa Farbe. Ich blende euch die ganzen Artikel mal ein, weil die bekommt ihr natürlich alle, wie so oft, bei Floristik24. Und da gibt es auch wirklich tolle Sachen und auch alles, was ihr braucht, um so toll gestalten zu können. So ein bisschen aufpassen muss man auch, dass man nicht, das ist natürlich aus Glas, nicht, dass man das Glas kaputt macht gleich beim Arbeiten. So, die Enden kann ich auch abschneiden von dem Papier ummantelten Draht, die will ich eigentlich nicht mehr sehen. So, dann habe ich jetzt schon mal hier zwei Röhrchen reingehängt und ich würde zuerst die Röhrchen dranhängen und dann erst verschließe ich, so gehe ich her, suche mal ein Alu-Draht, also den Alu-Draht auf jeden Fall lang genug machen. Ja, weil man sieht jetzt auch bei mir, das hat jetzt gerade noch geklappt mit der Überschneidung, aber da hat jetzt nicht viel gefehlt und da hätte es nicht gereicht und beim Anprobieren dachte ich, oh locker, ja da war noch so ein Stück übrig, es ist jetzt nicht mehr übrig. Und wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ja, ich hätte es noch ein bisschen enger dran machen können, aber es sitzt auch so gut, ja, Moment, noch ein bisschen dran drücken. Wenn ihr jetzt keine Vase mit so einem Hals habt, dann könnt ihr zum Beispiel auch jederzeit, Entschuldigung fürs Geklingeln, dann könnt ihr auch jederzeit so eine Grasschlange machen und einfach mit wenigen Tupsern Heißklebern fixieren und trotzdem auch nochmal so festwickeln. So, das restliche Gras, das führe ich jetzt einfach aus Faulheit hier rein, gucken, ob es fällt. Und, so, erstmal ein bisschen Gras hier runter vom Tisch. Das lässt sich jetzt natürlich alles ganz akkurat noch schneiden und ihr könnt wählen, wie wild oder akkurat ihr das haben wollt. So, es fehlt jetzt noch ein bisschen Schwerkraft. Dann geben wir den Röhrchen, indem ich einfach Wasser einfülle. Selbst die Gießkanne passt zum Video. So, das ist jetzt aber echt Zufall. Und das Wasser lässt sich natürlich am besten entweder mit so einer feinen Gießkanne, wenn man eine größere hat, ist es ein bisschen schwieriger. So, ich drehe meine Röhrchen noch ein bisschen, dass ich die, genau, dass die schön nach unten gehen. Okay, und jetzt kommt wieder, jetzt nehme ich ein feines, ein scharfes Messer. So. Oh, man sieht, der Wasserstand steigt ganz schnell. Wenn ich, sobald ich hier Blüten einstelle, mit diesen dicken Stielen, steigt der Wasserstand an und ruckzuck, ruckzuck ist das Röhrchen voll. Und das ist jetzt natürlich wieder so eine richtige Sommerarbeit. Das macht es auch schön, wenn da so, also es muss gar nicht so streng sein. Ich nehme Röschen, ich nehme auch eine lässige Eustoma. Ja, hier diese rosa Eustoma mit ihren schönen Knospen. Und gebe allen Blüten, bevor ich sie einstelle, einen schrägen Anschnitt. Und habe dieses, dieses spielerische. Ja, es ist so ein bisschen wie ein Tanz, ein Tanz in einer Sommerwiese. Dieses spielerische ist natürlich ganz toll. So, und das zweite. Dann nehmen wir jetzt mal, nehmen wir zum Beispiel Rosen. Rosen sind, ja, ich habe es fast zu kurz geschnitten. Also immer aufpassen, nie, eigentlich nie so kurz schneiden. Das war jetzt von mir fast ein Fehler. Lieber mal länger lassen, anprobieren und dann erst schneiden. Also nicht zu schnell schneiden, weil abgeschnitten ist es natürlich schnell. Aber verlängern kann man nicht. Ich habe jetzt hier die Alchemilla genauso geschnitten, dass ich ein Stiel mit dem Blatt habe. Weil das Blatt ist natürlich ein richtig schönes, gestalterisches Element. Alchemilla-Blätter halten ganz toll. Und jetzt ist wieder Sommerzeit, jetzt ist Alchemilla-Zeit. Und dann macht das ja immer so eine spielerische, tolle Note. Und was er auch, was auch immer schön ist und was ich wirklich liebe, sind diese schönen, Moment, diese schönen Bartnelken, die also mit diesem, mit diesem tollen Pink. Und die geben dem Ganzen nochmal so eine richtig schöne, ja, lässige Anmutung. So, und jetzt können eigentlich fast die Gäste kommen, würde ich sagen. Was noch fehlt ist, jetzt das i-Tüpfelchen und das ist meine Kerze. Weil genau die setze ich dann auch in dieses Windlicht rein. Und wenn dann, mit diesen schönen Blüten und der Kerze, wenn das dann alles auf meiner Tafel, auf meiner sommerlichen, so abends, wenn die Kerze fackelt, finde ich, ist das doch eine perfekte Arbeit. Ja, also es ist, wenn man das jetzt so nennt, ich hatte mir über den Titel noch keine Gedanken gemacht, es ist ein sommerliches Windlicht, das ich heute kreiert habe. Und ich glaube, das kann eigentlich jeder relativ leicht nachmachen mit ein paar wenigen Materialien. Und ich hoffe, ihr habt viele Daumen für mich, die nach oben gehen. Ich freue mich total auf eure Kommentare. Und es geht jetzt in den Sommer. Es gibt ganz viele Grasarbeiten. Ja, ich habe auch schon ein Grasherz und ich habe wirklich toll einen Graskorb. Ich habe sehr viel schon gemacht mit Gras. Und da zeige ich auch nochmal die Videos. Wenn ihr im Abspann, da kommen auch Videos, da könnt ihr einfach draufklicken und dann kommt ihr zu den Grasvideos. Weil das ist jetzt eben Sommer und wenn ihr dann Besuch habt oder Freunde und auch schon zum Grillen, dann wird jeder sagen, wow, was hast du denn da gemacht? Dann sagt ihr doch bitte, was habe ich von der Margit gelernt? Ja, also ihr Lieben, viel Spaß beim Nacharbeiten und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Alles Liebe von eurer Margit. und ich freue mich auf das Video mit euch. und ich freue mich auf das Video mit euch. Ciao, voll! Vielen Dank.